Können wir ausreiben? Ja, das mögen. Werkstatt. Werkstatt. Und zwar das hier oben. Das gefällt mir irgendwie gar nicht. Das gefällt mir nur genauso, wie mir das Dach nicht gefällt. Das Dach gefällt mir auch nicht. Also, was machen wir, wenn einem das Zeug nicht gefällt? Genau, wir reißen es ab. Das Dach ist mir halt einfach persönlich zu hoch. So ein Megadach. Es ist so ein Mega-Mega-Mega-Dach. Und das gefällt mir nicht. Deswegen würde ich jetzt hier oben einfach den Assembly Table weg damit. Genauso wie... Wieso war da eine Enter-Pairle drin? Die Laser kommen mal weg. Den will ich versetzen. Zack. Einmal alles. Weil wir eh gerade da sind. Nutzen wir mal die Wähler. Das Wähler nicht. So. Und das Dach machen wir jetzt auch weg. Gefällt mir halt nicht. Es hat zwar Chris echt eine Mega-Arbeit mit dem Dach gehabt, aber es ändert ja nichts, dass es einfach zu fett ist. Es ändert nichts, dass es zu fett ist. Es wird jetzt alles nochmal offen gelegt, aber es ist kein Thema. Und dann überlege ich mir, wie ich das mache. Ich hätte es einfach abgestuft gemacht, das Dach. Ich hätte das Dach einfach abgestuft gemacht. So. Einmal alles einsammeln, dann müssen wir es später nicht nochmal neu craften. Zack. Wunderbar. So, schauen wir mal. Ich würde da am liebsten mit dem Laser durchschießen, aber ich habe Angst, dass ich irgendwelche Anlagen treffe. Weil ja oben momentan eigentlich eh keine Anlagen sind. Könnten wir hier durchschießen. So, das Holz ist ja mal egal, das können wir dann wieder hin platzieren. Können wir hier jetzt einfach so durchschießen. Hier ist ja nichts. Bis auf die paar RF-Kabelchen da. Aber das ist auch ziemlich egal. So. Hat auch ganz gut geklappt. Die RF-Kabel liegen auch noch alle. Und sie hat nur einmal dann unten rumlaufen und alles einsammeln. So. Ups. Üh. Na, geh wieder hoch. So. Setzt sich hier eigentlich das nächste Holz hier unten stehen und dann schließe ich hier wieder rum. Peng. Peng. Peng 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 Peng. Oh, bin ich auf dem Kabel? Hier stütze ich ab. Genau. So. Einmal schön fett mit dem hier stütze ich ganz ab. Mit dem Laser durch. Das heißt dann halt so, da kann ich auch noch ein bisschen rumschießen. so. So. Die eine Hälfte schon abgebaut. Auch nicht mehr so hoch. So, gib mir mal den Laser wieder her. Peng 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 Peng. Peng 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 Peng. Peng Peng Peng. Peng Peng. Ah, der Laser erleichtert schon die Arbeit. Ganz schön. Hier in die Richtung habe ich Angst. dass der Laser nicht ein bisschen zu weit fliegt, aber es schaut gut aus. Können wir einfach so durchschießen. Genau. Da ist jetzt noch ein Stein hier stehen geblieben. Ich will drauf. Ich will drauf. Nicht von unten. Drauf. So. Heißt einsammeln. So. Was halt noch ein bisschen ist, was mich ein bisschen stört, ist, dass es halt nur eine einfache Treppe ist. Aber das ist auch kein Thema. So. Ein bisschen. Ich hätte gerne einen doppelten Boden gehabt. So. Oben ist noch was. Da liegt noch ein Teil rum. So. Hier liegt noch bis. Oh. Habe ich hier hergeschossen? Habe ich da aus diesem hergeschossen? Nein. Denke ich nicht. Okay. Jetzt muss ich gleich wieder Kacktaufeln reinschmeißen. Das Rennen geht so drauf. Ich meine, das ist alles was. So. Und wir schauen mal kurz nach der Query. Dass sie schon echt viel abgebaut hat. Passiert da überhaupt was? Hat die überhaupt einen Energieverbrauch gerade? geladen hat sie ja. Ich brauche die ganze Zeit lang. Hier sieht man's. hat sie schon echt eine ordentliche Fläche freigeräumt. Hier sieht man's. Was für ein Modpack ist es? Tech World 2. Dich habe ich gehört, Junge. Hey. Das ist nicht die Spawning Area. Die ist weiter unten, Jungs. Hier ist halt die Sematary her. So. Ähm. Jetzt würde ich mal das Dach mal ein wenig anpassen. Und zwar würde ich da jetzt mal einen normalen Cobblestone mitnehmen. Das Dach einfach ein bisschen abflachen. Weil es sonst so heftig groß ist. das Dach einfach so heftig groß ist. So. Ähm. Die F-Kabel können wir dann eigentlich auch noch. Zack, 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 zack. Weg machen. Ups. Können wir auch noch weg machen. Kann man da mitzocken? Nein. Äh. Zack. Hier. Auch noch. Wieder. Oh, hier sind ja noch Stufen, die wir vom Dachlad abgerissen haben. Hm. Und hier natürlich überlappen lassen. Die jetzt einfach zackt. Habe ich meine Kettensäge? Ich habe meine Kettensäge dabei. Einfach einen Ticken abgeflacht. Habe ich sonst so mega spitz ausschaut. Ich werde mir ja gar nicht sonst. So. Zack. Jetzt muss ich hier wieder. Ja. Ja. Ich hoffe der. Ah, wir kommen gerade so über das MFSU weg. Gerade so. Wäre nicht so prickelnd natürlich. Wenn wir da voll im Weg stehen. Wann. Da oben möchte ich jetzt auch langsam die erste Etage von der Werkstatt langsam mal in Angriff nehmen. Die ist ja schon im Grunde ewig leer. Kann man ja wirklich sagen, die ist ja schon ewig leer. Aber die nehme ich jetzt auch mal in Angriff. Nicht mit dem Laser. Bloß nicht mit dem Laser schließen, jetzt hat. Auch mal in Angriff nehmen. Oh Mann, was ist denn jetzt los heute? Ist schon wieder auf. Einmal geht es schon mal wieder auf. So. Die einzige Befürchtung, die ich gerade habe, ist, dass wir durch das extreme Flachdach gerade unsere Kabel nicht nach oben kriegen. Jetzt gehen wir bitte runter. Mein Knie ist nicht schlafen. Danke. Durch das flachere Dach unsere Kabel nicht nach oben bekommen. Okay. Wie viel sind wir denn hier drüber? Ne, ein Block. Aber der Raum hier oben halt ein bisschen kleiner. Ist so in Ordnung. Jetzt haben wir hier die nächste Stufe. Dann kann ich einmal die Kabel ganz genau hochlegen. Ja. Reiß ich aber vielleicht noch das alles hier einmal ab. Da brauche ich schon wieder den Laser. Feuer! Oh Gott. Nein! Oh Gott, habe ich gerade Glück gehabt. Das ist das Problem mit dem Laser, wenn man feuert. Zum Glück habe ich nur eine Treppe reingeschossen. Und keine Anlage erwischt. Das Lach muss man auch mal zumachen. Ich glaube, ich lasse das lieber mit dem Laser. Ich glaube, ich lasse das. Nicht, dass wir echt hier irgendwas kaputt machen. Zum Beispiel das ME. Das wäre schmerzhaft. Wenn ich das ME kaputt schießen würde. Ich weiß nicht, ob es droppt wird oder wirklich kaputt geht. Manche Sachen gehen ja auch kaputt dabei. Wie zum Beispiel, wenn sie auf Holzblöcke schießt, kann auch sein, dass sie verbrennen. Also die müssen nicht gedroppt werden. Die können auch verbrennen. Hauen wir mal hier bis daher. Die können auch verbrennen. Und, ähm... Hatte ich gesehen, vorhin haben wir hier vorher gefangen. Ähm... Das wäre natürlich nur suboptimal. Wenn ich jetzt hier meinen ME kaputt machen würde. Ich könnte ja nicht mal eins craften, weil ich nicht an die Rohstoffe rankomme für den so einen ME craften. Und dann würden wir uns das Leben echt schwer machen. So, hier werde ich auf jeden Fall einen Laser schießen. Da müssen wir halt vorsichtig sein. Da hinten sehen wir, ins Brems. Weil die Kabel, bin ich ehrlich gesagt zu faul. Um die jetzt einfach so abzureißen. Nicht kaputt brennen. Nicht kaputt brennen. So. Dann müssen wir den Raum halt einen Ticken kleiner machen hier oben. Ja, der eine Holzböck ist mir jetzt mal egal. 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 Okay. Ich muss mal schnell ein paar Quackeln aufstellen. Sonst gerade mal nicht die Hütte voll spawnt. Oh, ich habe keine mehr. Ha. So. Ähm, weiter geht's. Laser packe ich mal vorsichtshalber. Weg. Alles ist beieinander. Gucken wir gleich nochmal nach der Query. Was die jetzt wen treibt. Ich habe mir gedacht, das ist bestimmt nicht schlecht. Ganz schlecht, ja. Bestimmt nicht schlecht mit der Query lieber das auszuräumen. Als das alles mit der Hand zu machen. Ein ganzes Spawning Ground da unten mit der Hand zu schaffen. Wir haben hier ein Technikpaket. Wir sind faul geworden. Hey. Wir sind ganz faul geworden. Und das wollen wir natürlich auch ausleben. So. Hier ist das RF-Kabel nach oben. Das ist jetzt ziemlich egal. Da kriegt ihr ihren eigenen Speicher. Das ist hier oben. Das ist auch kein Thema. Haha. Du kommst hier nicht hoch. Zombies wissen nicht, wie man auch Fahrstühle für ÖP verwendet. Ups. Wir haben hier unten keine Anlage getroffen, ey. Wäre nicht so plöckend geworden. So. Warte, dann gehen wir mal kurz da her. Nutzen wir den Boden. Okay. Ich hoffe, das Dach wird jetzt nicht zu flach. Aber es wird schon... Ach, du Scheiße. Wird es flach. Ich geh mal kurz hier rüber auf den Reaktor. Es wird zu flach. Da krieg ich gar keinen Laser rein. Geschweige denn irgendeine Anlage. Scheiße. Was mach ich denn dann? Für ein Konstrukt. Wir porten uns, äh, wir gehen mal mit dem Fahrstuhl nach unten. Gucken mal kurz hier rum. Anscheinend spawnen sie hier schon wegen was. Hallo. Aua. Ey, ich will nicht. Lasst die Curry arbeiten. Ich hab jetzt keine Lust auf euch. So. Scheiße. Dann müssen wir nochmal abreißen. Okay. Nochmal abreißen. Dann würde ich... Würde ich... Die Variante nehmen. Hallo. Kannst du mir sagen, wo du herkommst? Ich muss... Oh, Interpelle. Ich muss mal ins... Oh ja, das haben wir auch noch übrig. Das End. Das müssen wir auch hin. Aber wir haben ja jetzt genug Blaze Rods. Dadurch können wir ins End marschieren. Haben ja genug Blaze Powder dadurch. Dann klatschen wir mal kurz den Enderdrachen. Ups. Dann hauen wir den Enderdrachen mal kurz kaputt. Weil... Das geht schon. Den Wilder haben wir ja auch ziemlich easy. Sogar einfacher als erwartet. Ich hab irgendwie gedacht, der hat mehr drauf. Ich hab den noch nie geklatscht. Ich hab den wirklich noch nie... Noch nie hab ich den Wilder... Besiegt. Außer halt in Tech World. Hab ich den aber... Nein, auf dem ComServer waren wir auch nicht im... Hab ich auch keinen Wilder geklatscht. Sag mal. Ich hab noch nie einen Wilder geklatscht. Noch nie. Nee, nee. Das war mein allererstes Mal. So, warte mal. Das lassen wir mal da. Dann mach ich das nicht jetzt anders, da. Und los geht ran. Neue Designwahl. Ich mach zwei Stufen. Dann. So unten mal alles einsammeln. Mach zwei Stufen. Treppenstufen. Und dann mach ich erst... Ach Mist. Zwei Treppenstufen. Und dann mach ich einen ganzen Block. Ich hab Angst, dass die Query sich gefressen hat im Keller, weil Kies runtergefallen ist. Müsste ich die nochmal neu aufstellen. Ich hab noch nie eine Query unterirdisch aufgestellt bis jetzt. Nochmal ein erstes Mal. Juhu. Ähm. Müssen wir mal gucken. Wenn die jetzt nicht weitergeht, wissen wir Bescheid. Okay, nochmal neu aufstellen. Wenn die weiter... Oh, da ist ein Baum. Ich dachte, ich fliege runter. Wenn die weitergeht... Dann ist es sowieso egal. Aber die muss halt echt mega viel unten wegräumen. Ich weiß, der Laser braucht man sich sehr lange immer. Zum wegräumen. Aber ob der so lange braucht, weiß ich jetzt nicht. Bin auch schon wieder... 40 Minuten. 40 Minuten. Und ich hab übrigens für mich heute gesagt, ich stream gleich nach der Arbeit. Weil mein Schlafrhythmus immer noch total hinüber ist. Ich gestern... Also ich hatte Urlaub gehabt, deswegen ist mein Schlafrhythmus so... Absolut kaputt. Äh... Gestern nach der Arbeit bin ich heimgekommen, hab mich ins Bett gelegt, hab irgendwann bis 8.00 Uhr geschlafen. Dann haben wir eine Runde left by deck gezockt. Nati, ich und Cem. Ähm... Ja, dann... Hab ich mich auch wieder ins Bett gelegt und geschlafen bis nachts um 4.00 Uhr. Nacht um 4.00 Uhr. Dann hab ich ein bisschen rumgerollt, bin dann um 5 Uhr aufgestanden, hab den Rechner hochgefahren, hab schnell die Minecraft DC-Folgen für September fertig gemacht. Ähm... Bis auf Folgentitel. Sind die soweit fertig? Ähm... Und... Ja... Ups... War einer zu viel. Oder? Ne, hat... Es waren beide zu viel. Hier haben wir schon zweite Stufe drin. Ich glaub, ja, da kommen wir jetzt ein bisschen höher hin. Und auch nicht so hoch. Wir sparen uns schon ein paar Blöcke ein. Es hat so übelst ausgeschaut halt einfach. Da waren wir schon die ganze Zeit ein Dorn im Auge. Und solange wir ja den Platz hier innen noch nicht verbaut haben, können wir ja noch umbauen. Weil wenn dann irgendwas drinsteht, irgendeine Anlage, dann wird es halt nicht unmöglich, das neue umzubauen, aber schon schwerer und aufwendiger. Deswegen mach ich das jetzt gleich. Solange die Query unten ausräumt, haben wir die Zeit. Dann müssen wir unten halt noch ein bisschen aufhübschen wieder. Die Löcher zumachen rundherum. Dann können wir dann nicht auch anfangen, eine Anlage zu bauen unten. Okay. Dann können wir das einfach mal umbauen. Und dann können wir das auch erst mal umbauen, das ist sehr gut. Untertitelung des ZDF, 2020